Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, wir machen wieder weiter beim Landwirtschaftssimulator und wir sind, oder wir haben gerade angefangen, wieder die Strohfelder, beziehungsweise hier die Getreidefelder, weiter zu machen. Ich schiebe hier kurz noch den Anhänger so ein bisschen raus, ein bisschen zur Seite. Und dann switchen wir mal durch. Hier vorne können wir zum Beispiel was machen. Oh, da war auch was, genau, zack. Ja, mit dem müssen wir irgendwann zwischendurch auch nochmal zum Tanken. 56 Liter. Aber ein bisschen reicht es noch. So, gibt es hier irgendwas tolles? Nein. Hier ist auch noch nicht gewachsen. Okay. So, der hier kann aber los. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Dann können wir schon mal hier wieder ein bisschen Strom mitnehmen. Ja, von wegen. Der muss erstmal hierher kommen. Ja, das ist schon mal hierher kommen. So, mal gucken, ob der es schafft, hier zu wenden. Ich könnte, ich schwöre, nicht jetzt schon angemacht. So, mal gucken, ob der Säge schafft, hier zu schlagen. so wie viel wie viele wie viele wie viele kartoffeln haben wir noch ein anhänger voll okay dann haben wir es ja geschafft jetzt meine fresse danke danke so also die letzte tour mit den kartoffeln wird gleich gestartet und danach können wir endlich wieder ein kleines bisschen weiter spulen dann haben wir die große nachfrage bedient und wir können glücklich sein und froh und alles weg und ja dann haben wir nur noch ein bisschen gerste die werden wir auch noch loswerden lohnt sich auch ein bisschen mehr nimmt hier auch nur drei viertel breite mit lässt sich aber nicht vermeiden wobei wir machen es anders wir wollen ja möglichst wenig fahren deswegen nehmen wir das hier dann nehmen wir das mit und dann nehmen wir die lange spur mit und dann sollte die lange spur auch gerade reichen um das hier fertig zu kriegen oder voll zu kriegen hier den anhänger naja 35-95 prozent und scheiß drauf nope wieder genau falsch rum und dann kann endlich er hier losfahren und den letzten misst dann weg bringen endlich 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 oh die westwiese ja machen wir das sieht zwar schon so aus als wenn der hier erstmal was anderes machen wollte aber das täuscht einmal hoch runter für die westwiese das gibt cash und das gibt uns auch wieder für diese 50 missionen ich glaube 50 waren es die man machen muss gibt auch wieder ein achievement letztendlich haben wir von den achievements rein gar nichts aber ach komm ist doch egal vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine belohnung wenn man alle achievements fertig hat oder sowas so dann heizen wir hier mal rüber und einmal runter und dann sind wir hier nämlich ratzfatz durch so gute 10.000 hat es als belohnung gegeben bloß natürlich den vermerk dass wir hier eine aufgabe abgeschlossen haben das ist ganz wichtig denn bei 5 millionen da guckt man nicht mehr auf 10.000 das ist einem dann ziemlich egal so also das kann hier rein und dann können wir nämlich jetzt weiter spulen und das werden wir jetzt auch richtig auskosten das spulen denn wir wollen natürlich dass es hier jetzt mal weiter geht mit dem wachstum doch klar so Untertitelung des ZDF, 2020 So, nichts Neues, so, es wird auch wieder schön hell, auch wieder schön zu sehen Das hier ist nur eine Frage der Zeit So, ihn hier können wir mal wieder auf Position bringen Denn auch hier ist es nur wieder eine Frage der Zeit So, Ja, hier, den können wir schon mal wieder in Position bringen So, hier, den wir schon mal wieder in Position bringen So, hier staut es sich ein bisschen auch mit dem Traktor So, das hier auch wieder total praktisch So, hier, den we drive up So, hier bin ich halt So, hier bin ich bespreuve So, und wir machen jetzt natürlich ein bisschen Geld im Schnelldurchlauf. Wir werden jetzt irgendwie hier auf Teufel komm raus unsere Lager leeren, ist ja egal. So, dass das hier immer noch nicht fertig gewachsen ist und das auch nicht, das wundert mich doch ein bisschen. Das dauert echt ganz schön lange, aber gut, was will man machen, gut Ding braucht Weile. So, ihn können wir schon mal in Position wieder bringen. Ja, und dann müssen wir ein bisschen warten, nächste Folge können wir ja hier weitermachen und dann sollten wir noch weiter Fortschritte schaffen. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss! H-B-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K.